Tessa Bergmaier, harsche Kritik zur Staffel Germany und X-27, as Next Topmodel. In der vierten Staffel von Germany's Next Topmodel fiel Tessa Bergmaier, 33, vor allem durch ihre offene Art auf. Mit genau diesem Verhalten bleibt sie jedoch in Erinnerung und baut sich ihre Karriere als Model auf. Mittlerweile ist sie zudem auch ein beliebtes Gesicht in Reality-Formaten. In Cornelia Puleto Palazzo spricht sie über Heidi Klum, 49, und den Dingen, die in der Sendung nicht echt sein sollen. Als ehemalige Teilnehmerin der Modelshow weiß Tessa Bergmaier, was wirklich hinter den Kulissen los ist. Wie sie Gala verrät, würden die Kandidatinnen zu Aussagen gedrängt werden. Auch sie selbst sei davon betroffen gewesen und habe Sachen geäußert, die sie so niemals sagen würde, so das Model im Interview. Was Heidi Klum damit zu tun hat und wie die 33-jährige zu den Äußerungen der Model-Mama steht, erfahren sie im Video. Was Heidi Klumet, der hat sich um die Kandidat. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020